Jetzt kommen wir zum E-Mail. Ähm... Ein Tank... Man kann's versuchen. Oh, na, gut. Wenn jetzt noch der letzte ebenfalls Tank gehen würde, dann wäre das ein schicker Start. Ah, der war schief. Ah, der war leider schief. Grüß dich! Komm schon, Herr! Nicht falsch, aber ich will ganz bewusst wegen der Möglichkeit, mit dem Concussion Blast Gegner runterzustupsen, als Förder mal hingehen. Wenn es wieder nicht funktioniert, muss ich wechseln. So. Okay, das war nicht ideal. Damit kann ich aktuell noch leben. Das Ding mal mitnehmen, bevor es irgendwer anders macht. Oh Gott, hinter dir! War auch weit nach oben geschleudert worden. Das ist jetzt alles noch nicht so angenehm. Dann würde es da hochballern. Okay. Sehr schön. Damit ist der erste weg. Gut. Ich wusste nicht, dass der... Also gefühlt war der weiter weg. Guck mal, wie man sieht, wie weit... Okay, das ist dann... Das ist toll, dadurch, dass ich so lange runterfallen musste. War der so super nah an mich rangekommen. Das missfällt leicht. Könnten wir das vielleicht für uns wieder zurecht drehen? Wir haben keinen auf dem Punkt. Aber doch, natürlich haben die Leute auf dem Punkt. Wir sind nur nicht auf dem Punkt selber. Um dagegen... ...anzugehen. Okay, mir war es jetzt zum Beispiel hier wichtig abzuhauen. Wird auch gar nicht... ...ganz bewusst nicht hingehen. Und mein... Gehen wir das hin, vielleicht die zu besiegen. Oh Gott, dammit. Warum ist der immer genau da, wo ich nicht hingucke? Ja, das war das wiese Winstons... ...Sache hat da auch ausgeholfen. Ich muss überlegen, was ich mache. Also was, ich werde auch vermutlich auf Reaper wechseln. Gerade, weil der einen Reaper geführt machen kann, was er will. Jetzt haben wir da einen, der da alleine rumäumt. Das bringt nichts. Ich muss auf die anderen warten. Doof, ey. Wir müssen irgendwas machen, Jungs. Wird super knapp. Ja, da hatten wir irgendwie so nie wirklich was gezeigt, ne? Wir konnten einfach machen, was du wolltest. Wir sahen dabei so ein bisschen doof aus. Zu doof. Ah, ihr könntet mir natürlich auch ganz gerne wieder den. Einheiler. Einheiler ist mir zu wenig. Könnte Anna versuchen, aber Anna ist halt so riskant. Reinhardt, Angel Service! Okay, ich nehme sie einfach, weil wir mit Reinhardt da vielleicht was Lustiges anstellen können. Oh, das ist ein Charakter, den ich so selten spiele. Einfach, weil ich ihn nicht immer so hundertprozentig ideal finde. Aber gerade dadurch, dass wir Lucio haben, könnte das funktionieren. Gehen. Oh boi, oh boi, oh boi. Sehr schön. Mal ganz kurz selber. Heilen. Aufpassen. Sehr gut. Oh, das ist natürlich eine stücke Kombination. Sehr gut. Da kamen sie dann auf einmal alle. Der wurde gerade so davon nicht getroffen. Ah gut. Ich denke, der hat genug Sachen an... Oh, schön. Genug Sachen machen können. Damit es wieder funktioniert hat. Danke. Okay, okay, okay. Das war irgendwie ein Waste? Warum auch immer. Warum auch immer man den machen lässt. Ja, schön. Gut. Au, ich bleib an der Ecke hängen. Ach, ich mach mich jetzt ganz kurz selber heilen. Oh, wenn es los war, ist es hier alles nicht ideal, Leve. Okay, komm, 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 komm. Now. Ah, ich würde gerne zu dir hinkommen. Okay, gut. Danke, danke, dass du nicht reingelaufen bist. Denn ich habe nicht nur ziemlich schlecht gezielt. Um auch kurz sofort rauf zu gehen. Okay, gut. Gut, gut, gut. Das ist schon mal nicht falsch. Gut. Gott, dammit. Man muss sich eigentlich ducken, so ein bisschen unterhalb des Korbes zielen und schlagen. Ich habe es aber schon mal hinbekommen mit einem einfachen Stehen. Ja, Junkrat ist hier nicht falsch, weil man in dieses Loch da rein spammen kann. Jetzt gibt es keinen Morgen. Das kann schon mal funktionieren. Der hier gibt es auch eine Möglichkeit, aber hier weiß ich immer noch nicht den Winkel. Und ich bin noch zu faul dafür, das nachzugucken. Um mich ganz ich zu geben. Wow, ernsthaft? Klar, ich hätte da vielleicht jetzt nicht Sniper spielen sollen. I get it. Aber halt, dass da jemand so genau mich trifft. Das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe das Objekt. Versuche zu helfen. Ich versuche zu kommen. Come on. Okay, das ist jetzt doof. Das ist jetzt wirklich doof. Okay, clever anstellen, guys. Das ist doch gut. Sehr gut. No, weniger gut. Ah, wenn der... Das ist so merkwürdig, wie unterschiedliche Partien sich spielen können. Meine Frage ist, ob ich irgendwie wechseln sollte. Ich habe vor allem bisher noch nicht ansatzweise... Oh, nicht schneller machen. Goddamit. Okay, der geht jetzt einfach drauf. Oh, boi. Wie häufig kann der denn bitte seine Ultimate einsetzen? Das ist das dritte Mal jetzt. Also ich bleibe auch hier dabei, dass die Shimada-Brüder beide ihre Ultimates verlängert kriegen müssten. Und ich überlege, was ich anders machen kann. Ja, das ist alles irgendwie doof. Ich weiß, es ist irgendwie doof, aber halt... Ich habe meine Ultimate genutzt und ich versuche, irgendwas anders zu machen. Irgendwas. Oh, Godfuckingdamit. Was auch immer mich da gerade mit einem Schuss umgeniert hat. I don't know. Angeblich die Angriff von Zaya, aber halt genau. Also ich mag die Map grundsätzlich nicht. Keine Ahnung. Immer wenn ich es schaffe, da drin in diesem Pot zu sein... Passiert es mir so häufig, dass die Gegner von draußen einen so zu Tode spammen. Und wenn man draußen ist, dann schaffen die Gegner es irgendwie da drin, so ein Hexenkessel daraus zu machen, dass man da überhaupt nicht reinkommt. Aber niemals andersrum. Niemals für uns. Es ist super einfach, das Ding zu halten. Oder da super einfach reinzuspammen, um die rauszukriegen. Achso, das ist die Map. Ups. Das ist gerade eben nicht die Map, die ich erwartet habe. Hätte ich mir vielleicht genauer darauf achten sollen. Ich dachte, wir spielen wieder mit Well. Okay, okay. So, wichtig zu merken ist hier immer, es gibt keine Headshots mit dieser Waffe. Das heißt also, auf sowas muss man gar nicht erst versuchen zu ziehen. Gott, damit wie suckigst du denn so schnell drauf? Und raus dann. Wow, hi. Okay, gut. Oh Gott, und die gehen alle drauf. Gott, dammit. Stop pulling me. Ernsthaft. Eigentlich ist Anna da bei Weiten. Ernsthaft, der kriegt aber auch jeden Hook gerade hin. Oh, wir haben mal wieder keinen. Come on. Kriegen wir das hin, das zu verhindern? Maybe. Maybe. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Sehr schön. Ja, die sammeln sich gerade, die Dreckskinder. Das ist sehr interessant zu beobachten. Ja, ich habe dein Besten. Bitte. Die Nacht raus. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wen ich getroffen habe, aber gut. Komm on. Du bist weit weg. Komm in. Schrauben! Geh' nicht! Die Haus ist fast bereit. Meine Team braucht mich noch. Das ist immer das Übelste. Das passiert relativ häufig sogar. Lustigerweise in den Videos hier bisher weniger, aber, you know. So, und jetzt vielleicht bitte nochmal eine Map, die nicht... Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Geh zurück ins Land. Farah, reportiert. Oh, boah, hoffentlich gehen wir das nochmal hin. Ich glaube, das ist sogar fast genau die... ...die Composition, die wir beim ersten hatten. Im ersten Match, oder bei dieser ersten Runde. Okay, come on, we can do this. I want to win. Ja, das ist jetzt die letzte Runde. Jetzt erster 3 hat gewinnt. Also hier ist wirklich... Ich glaube, es ist überhaupt nicht möglich. Ja, das war jetzt zum Beispiel nicht der beste Schuss. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht weglaufen. Sehr gut. Ah, shit. Gut, gut. Ich bin so gut wie toot. Ich bin so gut wie toot. Work together. Push them back. Get back in the fight. Touch your visor activated. Okay, gut. Mega gut. No, natürlich treffe ich jetzt nicht. Okay, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. Sehr schön. Sehr schön. Puh. Ich treffe die nicht. Ähm. Das war ganz, ganz wichtig. Was aber auch wichtig gewesen wäre, die Leute so ein bisschen zu heilen. Gut, gut, gut. 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 Yes. Wunderbar. 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 Oh, schön. Ja, gleich mehr runtergeworfen. Einen vorher mit dem hochgenommen. Ja, das war schick. All right. Dann gebe ich das natürlich auch dir. Schön. Epic. Easy. Oh, come on, zwei mehr. Noch einer. Ich bin ein Primespecimen. Sweet. Yay. First one of the day. Und Level 100. Noch ein weiterer. Und dann kriege ich den ersten Stern. Und dann kann ich schneller wieder Lootboxen bekommen. Okay, dann logischerweise öffnen wir die jetzt gleich noch. Und wir haben endlich mal wieder einen Sieg. Das wäre so schön, wenn ich wenigstens ausgleichen würde. Vier Siege, vier Unentschieden, zwei Unentschieden. Vier Siege, vier Unentschieden. All right. Und zu guter Letzt gucken wir uns das noch schnell an. Meine 500, äh ne, 150 sind ja nur bestimmt. 500 sind ja legendary. 150 ist trotzdem ganz nett. Kann man sich was von kaufen. Aber ich hätte natürlich dann doch ganz gerne was mehr gehabt. Left. Mhm. Right sieht dann so ein bisschen blöd aus. Und auch hier. Ich habe, glaube ich, zwei Skins von ihr. Und trotzdem kriege ich Duplicates. Okay. Willkommen zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.